Ich finde es so dreckig, wenn die dir hinterher rennen. Ja, Standard. Ohne Scheiß, jetzt habe ich nur noch zwei Spiele und ich muss entweder beide unentschieden oder eins gewinnen, um überhaupt drin zu bleiben. Kevin, das sind halt rottige Hunde. Hunde. Die they are... Ja, sie sind halt ein Herrchen, deswegen rennen die dir hinterher. Du bist der Beste, du bist das Alphatier. Vergesst es nicht. Ich renne dir doch bei Black Ops auch immer hinterher. Du wärst von das Alphatier, du bist einfach nur ein rottiger Hund. Was? Dettetetetetetem scheint ihm nur ein freundiger Hund! Man ey... Ich bin einfach bei Black Robbs von verkackter Scheiß nur und was sonst kann man noch nicht sagen Ich bin jetzt endlich zu RTL was zur Hölle? waaass聽 Schreibt Kevin jetzt, geh endlich zu RTL im Chat, oder was? ja oh häh, warum das?! Bist du wieder mit der DIGs dahergerannt, oder was? Bist du wieder mit der Stack Zoom rumgelaufen? Ja Meiner 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 wahrscheinlich nicht Hartz IV TV Und du sollst hier Hartz IV gehen oder so, keine Ahnung Kann auch alles sein Alter, du wirst immer lag, wenn ich kurz vorm Torstehe, das ist scheiß lecker, man Ich gehe vorm Torstehen anzulegen, ganz zufällig, ja, ist ja nix So, hoffentlich krieg ich jetzt die scheiß Timo rein Nein, ich werde überboten, man Ach komm, ja Der, der ist so angepisst, weil ich die ganze Zeit mit Schott hier rumlaufen, so wegnack Die ganze Zeit uns selber, oder was? Hier heißt einer Kronk Naja, ist bestimmt nicht der echte Bin und unbindiger Faker, ey Play Massive Hä? Play Massive Play Massive steht hinten dran Als Emblem, wieso? Ja, weil Play Massive die Firma von Kronk ist Und von Zaraza, deswegen Aber trotzdem ein Faker Könnte schon, ich glaub nicht dran E R O N K H Ja, aber bei Steam kann sich jeder nennen, wie er will Ich kann mich ja, ich heiße ja auch Alex bei Steam und es gibt tausend, die Alex heißen bei Steam Ja, meinst du, das ist Kronk? Nein Never ever Wenn du allein bei Steam nachdem suchst, siehst du ja wie viele Faker es da gibt Ich guck mal einfach gerade, weil ich weiß, wie dem sein echtes Profil aussieht bei Kronk Wo ist das? Das ist das echte? Ne, der ist nicht mal online Ne, das ist nicht echt, das ist ein faker Profil Ernsthaft, hier rauszusortieren, schon wenn du nach Kronk suchst bei Kronk? Verwenden Der ist nicht online, ne Alter, vor 44 Stunden jetzt mein Steam online Naja, spielen wir weiter Teamgespräche hab ich jetzt bekommen, hoffentlich Meins Team oral, nicht Teamgespräch Ja, mein ich ja Das ist aber unter Teamgespräch in dieser Kategorie drin, deswegen Und jetzt noch zwei Verträge gekauft Jetzt hab ich nur 5.300 Münzen Ich mag das überhaupt gar nicht, diese Mannschaftsmoral zu kaufen, aber Musst ja jetzt sein Und ich hoffe wirklich, dass das nächste Spiel jetzt kein Regenspiel ist, ansonsten Kriege ich so einen leichten Ausraster Mir leckt es irgendwie immer, wenn ich vom Gegner seinem Tor stehe Ja, bei dem tut das Der zieht dann immer hinten so ein bisschen am LAN-Kabel Wenn du von ihm sein Tor stehst Glaub ich auch, ja Du wichst ja hart voll Kau, weißt du Alter, was hatte ich jetzt drauf gemacht? Und Benzema da, Wenzel, ey Alter, was war das? Was denn? Was ich grad drauf gemacht hab Das war auf jeden Fall nicht Mannschaftsmoral Ah, ich hab wieder irgendein Bullshit gemacht Standard 1-1 zur Halbzeit Richtig behindert Ich mag grad suchen nochmal einen neuen Wunderschönsuchen Hä, genau das hatte ich doch gekauft und genau das hab ich eingesetzt, aber irgendwie hat das nicht richtig erkannt, ey Ich kauf mir noch eins Ich kauf mir noch eins, das ist eine Geldverschuldung, gell? Ja, aber keine Ahnung, ich hab das auf Sam drauf gemacht, das ist ja scheißegal, was für ein Spielermann das drauf macht Und trotzdem hat es nicht gewirkt Vielleicht hast du nur nicht Spielermoral, keine Teammoral gewonnen Ja, aber der hatte auch immer noch 6-9, äh, der Ach so ist der Moral, ich bin behindert Egal, ich bin grad so behindert Egal, scheiß drauf Ich wollte Teamfitness holen So Teamfitness oder Moralfitness geholt Ja, ich hab mir Moral geholt, aber scheiß drauf, die Moral war auch im Keller, von daher Habe ich nix Beschissenes gemacht Alter, wie teuer, die sind alle 2300 hier Normal Ja, ich weiß, aber trotzdem Boah, jetzt kriegst du einfach nur behindert mit Benzema und ich Ja, hier ist einer mit 2200, den kauf ich mir jetzt noch Zuweisen Egal, verschwendetes Geld war es auf jeden Fall nicht mit der Mannschaftsmoral Sei denn, ich hab mir jetzt auch noch die eine andere gekauft Noch eine gekauft Naja, natürlich hab ich stark gewonnen, wo ich's nicht wollte Egal, irgendwann werd ich die schon brauchen Wolltest du ihm nicht überall in die Füße kicken Einer So, jetzt muss ich mal langsam gewinnen Nein Nein Erstmal einsetzen Fitness Sehr schön Aus Oh ja Ja So 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 Alter, du Nougat Ja, der kämpft sich verrückt mit Benzema ein. So, nächstes Spiel, jetzt habe ich mal wieder Hundertaschen hier. Wasser auf Gegner. Gegner hat die Partie verlassen, ey. Wieder warte auf Gegner, man. Es kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit diese Scheiße kommt und ich kann Gegner ficken. Oh, nicht schon wie... Alter, was soll das? Wird einfach kein Gegner gerade. Und wie läuft es bei dir hier? 1-1, ich muss gewinnen, sonst kann ich nicht mehr Meister werden. Okay, mir geht es nur noch darum, ich habe jetzt noch 2 Spiele und habe 10 Punkte. Ich habe alles verkackt, was ich so vorher war. Oh, Mann, ey. Und es war ein Lappen, eine Lappenflanke, ey. Oh, Mann, Scheiße. Spielerinnen nur Lappenflanken. Ja, Standard. Oh, mal kein Regen, was für ein Weltwunder. Oh, nein. Oh, nein. Hast du irgendwas? Der hat mich die ganze Zeit im Chat angeschrieben und gemeint, ja, willst du gratis Spiele bei Steam? Ja. Als Softmann, der will schon verarschen, aufpassen, der kann auch so deinen Account hacken. Ich weiß, deswegen... Wenn er es geschickt sagt, fick dich. Ja, richtig so. Ja, Mann, Tor. Abseits, Scheiße. Ja, ich hätte auch mal ein Tor gemacht. Oder was war das? Foul, oder? Ne, das war ein Tor. Ich denke so, what the fuck, Abseits? Ne, war ein Tor, 1-0. Sehr nice. Was für ein Glück kann man unter der 5. Minute bei Ultimate Team nicht rausgehen, Nicht so wie bei Pro-Clubs, ey. Pff. Es läuft doch schon wieder. Mein Name ist so ein Nickerfuß dazwischen, es regt so auf, ey. Wie findest du das Embley? Wer ist das? Was für ein Embley? Behindert. Ach so. Natürlich ist es Goofy. Es ist Goofy, du Spassi. Oh, Mann, er kommt... Er hat für 2 Stunden... Er hat hier einen Ball... Ein... Goofy zerlegt alle, Alter, was los? Mann, komm, auf geht's. Oh... Tor kassiert. Mann, ey. 1-1. Ne. Komm. Alter. Oh, du verfickter Hurensohn Schiri, Mann. Ich steh den Schiri gegen den Kopf. Anstatt dass er drinnen, rennt. Nein, nö, ich renne gegen deinen Kopf. Lauf, Mann. Ah, schade. Boaah. Woh. Wim gefällt. Auf geht's, komm. Oh, ich will Meister werden, Mann! Das kann doch nicht sein! Ja, sehr schön! Lauf! Nice! Gündogan! Weißt du, das ist hinten, Sam! Wird einfach nur auf dem Bleck stehen! Oh gut, kein Zentimeter weg! Hey, der ist voll frei, der macht nichts! Tja, für mich steht das wieder 2-1 für mich! Was für ein Blick! Auf geht's! Das war so ein Lappentor! Ja, der macht verrückt, der Tor! Verarsch mich, Cavani! Bin ich dein Ernst, oder? Natürlich! Zwar kein richtig schönes, aber er macht nichts! Warum fallst du mit Romo so jetzt ab, Mann! Vergewaltige deine Mama! Ah, nee! Warum geht der da weg? Ich guck auf! Äh, in Liga 1 verblieben, äh! Ja! Bei mir geht's auch nur noch darum, dass ich in Liga 1 bleibe! Ich hab vier Spiele lang hintereinander nicht gewonnen! Erst hab ich vier Siege hintereinander geholt, dann hab ich vier Spiele hintereinander nicht gewonnen! Ja, aber nee, was! Oh, ich hab mein 1.100 Münzen! Alter! Richtiges Lappentor! Aber zweist Tor! 3-2! Da ist noch ein Pack! Okay! Ja, aber wenigstens nicht durch Echtgeld, sondern durch Münzen, ne! Lohnt sich zwar noch weniger, aber... Ja, egal! Ist wenigstens... Nicht so! Ich hab's, ich hab'n goldenen... Was? Oh, toll! Nichts! Oh, ich hab' Sebastian Jung, ich hab'n Eintrachtfixer gekriegt! Ja, ein goldenes... Oh, ich hab' Modifikationen gekriegt! Pulsionsmodifikation! Okay! Modifikation! Pulsionsmodifikation! Von LV zu LRV! Pulsionsmodifikation! Moral! Fitness! Dann... 2 goldene Verträge, ein silbener Vertrag! Irgendwelche Lappenspieler, die keiner so braucht! Das hat sich das jetzt gelohnt! Lauf! Nein! Deine Mutter ist ein pädophiler Hurensohn! Deine auch! Hm? Hm? Was? Hi! Hi! Ah, mein Gott! Ah, Mann! Dieser ging mir nerf'n bisschen, der spielt mir zu gut! Deine Mutter heißt Dieter! Cool! Ich find's nicht so cool, wenn meine Mutter Dieter heißen würde! Ah, mein Nase! Heißt Jürgen! Was? Deine Nase heißt Jürgen! Nein! Doch! Ach ja, komm! Ach, Mann! Es riecht so auf, halt! Es riecht so auf, halt! Alter, man umstete... Boah! Schön festigen! Was denn, Kofi? Ich könnte mein Emblem auf meine Waffe holen! Heaven, du hässlicher! Ja, leck' ich immer! Und es ist immer noch der eine, der dich... Es ist immer noch dasselbe, der dich abfallt! Er sagt Kevin, du hässlicher! Nein, Spaß! Was? Sinnlos! Richtig sinnlos! Dann ist schon okay! Du, der lässt sich von da... Oh, was finde ich war für... 2, glaub ich... Ah, ein bisschen Schweinsteiger, 70... Jürgen, Spizarro, schwarze Karte... 2.000... Oha! Na, Bolt, geht noch für ne schwarze Karte... Was, was ist, schwarze Karte? Kostet 252.000, ey! 4.2 bei mir! Sehr nice! Nein! Oh, schwarze Karte! Oh, schwarze Karte! Woah! Alter, Alex! Martin! Blaue Karte! Der hat 87... 250.000! Okay... Heftig! Ja, für uns ist das heftig! Andere haben 4 Millionen auf ihrem... Alter, neul... Nein! Ich leg den Ball rüber... Und schieße aufs Tor... Und daneben! Was? Ja! Gut, der Torwart stand noch in der Nähe... Das heißt, ich konnte nicht ganz so einfach... Lappen... Ich konnte nicht ganz so gerade aufs Tor schießen, aber trotzdem... Ja, komm! Wo bist du denn? Den Putzlacken, ja! Aber es steht 4-2 für mich, ich weiß drauf! Dann hab ich ja zumindest den Glastner halt! Woah! Ja, ich weiß, dass nix besonderes mehr in der ersten Liga... Woah, Alter! Da macht er zur Halbzeit! Wuscht mich grad so... In Verarsche, ey! Tüch, Pichtek, schwarze Karte... 139.000! Ähm... Okay... Mann! Keine bietet grad gerade Götze an! Ich dachte, du hast den! Egal, ich will ihn trotzdem! Ja... Man muss Fifa... Und echt... Ein bisschen abgrenzen! Ah! 20.000! Übertreib doch, ey! Woah! Was für'n Scheißball, naja! Was macht der da? Komm! Geh hin, Mann! Ja, sehr schön! Nein! Okay! Ja, genau! Da sind wir frei! Ja, genau! Viel frei kassiert! Unnötig! Einfach nur! Was kannst du laut sagen, du... B... B... Alter, wie will die denn? 88.000! Lauf! Oh ja, hält der locker! War aber auch ein Scheiß-Kopfball! Ja, genau! Der springt dem 3 Kilometer weg! 3 Kilometer! Und ist jetzt ohne Scheiß! Boah! Ich hab keinen Bock auf neue... Neue Liga! Neue Liga 1! Woah! Nein! Kassiert? Ja! Es ist 4-4 wieder! Alter! In der 56. 4-4 kassiert, Mann! Wie hochgeführt? 4-2! Ah, komm! Scheiße! Ja! Mach's mich halt jetzt nochmal wieder extrem anstrengen! Lauf! Schöne! Nicht nur du musst dich anstrengen! Glaub mir! Nein! Unnötiger Pass! Nein! Ah, jetzt fängt es auch noch an zu lecken ein bisschen! Ja, genau! Genau! Ja, hier hat er nur Brasilianer! Ja, der will nicht... Das ist so ein Tricksetter! Der dich auseinander nimmt! Alter! Ja, geh doch hin! Ohne Scheiß! Jetzt hab ich gerade so kleine Rukla die ganze Zeit! Das geht so auf die Eier! Das ist das Schlimmste! So kleine Mini-Rukla sind das Schlimmste! Das wird mich auch wieder regnen! Oh, ist die Sonne! Perfekt! Ey, genau! Ja! Ja, Abschluss! Klar! Alter! Mann, was soll die Scheiße! Das kann überhaupt nicht lag, Mann! Zumindest von mir aus gesehen! Zumindest von mir aus gesehen! Mit der EA-Server oder Gegner! Mann, was soll der Scheiß! Ich kassier dir grad ein Tor auf! Ich kassier hier ein Tor grad! Mann, ey! Ich kann doch nicht spielen, wenn es die ganze Zeit lag, Mann! Jetzt habe ich 5-4 kassiert, nur wegen den Scheiß Legs, ey. Geil! Ja, genau Alter, lass dich doch nicht mal richtig anwählen hier gerade Geh doch hin jetzt Was machst du, Torwart, Mann? Alles ist hier verz... Was ist denn für die Scheiße, Mann? Oh, Alex, so lieblich Wieder diese Akkobohre Alter, was der Immigrant für die Tor gemacht hätte Oh, ist so niedlich Niedlich? Ja, lauf, 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 lauf Oh, Alter, Mann, ich bin plötzlich verletzt, wie geil Ja, ich hab auch ein Tor gemacht, Mann 72 Minuten, 5-4 Nee, 5-5, sorry Ich hatte ja irgendwas kassiert, schon wieder verdrängt Also, was ist das für ein Ergebnis, wenn wir bei mir sind, ey? Komm, man, es liegt bei mir auf den Boden Auf einmal hat der Ball kommt zu dem, aber der steht direkt wieder auf Und dann kann wieder laufen auf einmal, ey Ja, Blitzheilung Ich hab noch Heilung zum Glück, ey, noch bekommen wir bei dem Pack vorhin Eben Waddup Oh, nice Lauf, Sydney, Sam, du Nougat, Alter, lauf, du Ja, du Fick, schwarze Pisse Belsen, schwarz, leider No, Sydney, nigger NEIN Der doch schwarz Nee, Sydney, nigger, ist schwarz, sorry Och, komm, äh, nee, nicht, komm, das ist es Ja, I'm so gay Nein Lau Lau Jetzt fängt wieder an zu lenken, weil der mich eigentlich verrascht Man War mir das der Gegner, der das macht Ja, glaub ich auch Und jetzt kassiert ich nicht Und alles verrückt, der ist dran, schon der Gegner ist dran, schon der so scheißfick, man Will ich kassieren, man Kann nicht sein, dass dieses Mal, wenn es unentschieden ist Jedes Mal, wenn es unentschieden ist, es anfängt zu lenken, ey Ist doch dieser scheiß Gegner, man Lern endlich mal spielen, ey, da brauchst du nicht so, so, zu cheaten, man Ich muss cheaten, ich kann nix anderes Mann Der kassiert Nein, aber es lag die ganze Zeit und dann läuft die Amok in meinem Strafraum, oder kurz vor meinem 16er Amok geht in Amok laufen Was ist jetzt los? Ach, abseits Oh, hast du gesehen? Ey, nein Alter, sie läuft einfach einfach so, wie er Bock hat, man Ohne Scheiß, ich brauch eigentlich nen Sieg in dem Spiel, aber nein, es muss ja anlegen Nein, nimm doch den Ball ab Ja, komm Auf geht Jetzt Geh doch hin Mann Nehme diese Zeitsprünge Oh, jetzt gehst du dich aber Alter Nein, doch nicht, Alter, ich hab einen Suff grad, ey, das ist unglaublich Ah, den Lappen passt zu Lewandowski Ohne Scheiß Was macht der da, der hebt sein Bein, der Ball geht durch Ja, ist klar Geh doch hin Ja, komm Ja, das war doch das so Mach doch ne Restore am besten Das wär's nicht Am Ende macht das echt Was machst du dafür Oh, wie gesagt, Neymar Ah, Sidney hat den Ball abgenommen, ey Ah, und verliert den wieder neben ihr Unglaublich Nein Fuck it, hatte ich noch nie Torsche aus der Zeit Ey, wie inkompetent Attacomus, du Scheißnecke Nein Scheiß drauf Mann, ey Ah, 5-5, ey 3 durch Lewandowski Mann, 2-0 Lewandowski, Mann Doppelpack, ey Alter, du flamest rum und hast trotzdem Gewinnst trotzdem, Mann Und bei mir 5-5 Unentschieden wieder Jetzt hab ich einen Punkt, jetzt muss ich im nächsten Spiel Ein Unentschieden machen oder gewinnen Eine Niederlage und ich bin in die Liga 2 Mal wieder Mal wieder Spass, das ist kacke Aber ich hab mich auch trotzdem verlaufen, Mann Weil es aber aufregt Ja Ja Der schleift Lewandowski auf dem Rücken ein halbes Spielfeld hin Und es gibt nichts Ja, genau, dann tue ich ihn ein bisschen anschubsen und dann gibt's direkt faul, ey Black Junior hat bei Ultimate Team einen Pack geöffnet 2 sogar, ich hab Yeah Oh, Mann, ey Ich glaub ich mach mal's Mach ich oder mach ich nicht Nee, ich tausch mal den hier aus, der passt mir nicht Machen wir mal so grad so Nee, gönne mal Pass Machen wir mal grad so Oh Mann Ich mach hier mal an die Stelle, äh Set Nee, nicht Sam, sondern Wo ist der? Hier, Shakiri Nee, Nicke, aber egal Nee, Nicke, aber egal Nee, Nicke ist bei mir grad am Ball, Alter Was los Oh, ne, ne Alter Ja, genau Orangene, äh, Latenz Ist klar Direkt rausgehen, Mann Natürlich Alter Alter Neymar Ich hasse Neymar, diesen kleinen Nicke Ich krieg schon wieder keine Verbindung zu überhaupt irgendjemandem Du machst jetzt kein Tor? Ja doch, ich bin eben grad rausgegangen, also ich grad Egal Glück gehabt, abseits So, jetzt Mein Glück gehabt, grad Weißt du, wie heißt der Knedi Ida? Oder hab ich... Nee, Kred United, sorry Na, Knedi Ida hör ich dann an Ja, mich auch, Mann Hab ich auch das gelesen, der Knedi Ida Ja, es gibt bestimmt solche, die so die im Team so nennen Ähm, 83 Und 97 Der hat Boah, wieder Podolski Ich zieh' aus 100 Meter ab und mach'n Tor Ja, Mann, bei mir hat Podolski auch, bei dem 5-5 hat er auch ein Tor gemacht, der ist so behindert Ich hasse Podolski Er hat auch 4-3-3 als Aufstellung, wie ich Oh, jetzt macht er hier so Moveskiller mit, mit, äh Und trifft, ey Und trifft mit dem scheiß Nigger Welten, alle Ey, Mann, ey Ey, Mann, ey Immer schön geschmeidig, ey Sag grad der Richtige, halt's mal Ich hab mich jetzt viel so aufgeregt, ey Ich weiß Aber als geleckt hat, das ist was, wo man sich immer... Wenigstens ist jetzt in dem Spiel kein Regen grad, ey Mann, die Leute mal hinlaufen Nein, ich mach gar nichts, ich bin die Kacke Ich grad mach' ich hier scheiße, ey Ich tanze grad nur neben dem Ding, der kommt mir so vor Alter, warum lekt schon wieder, ey Hallo? Ja? Oh, Mann, jetzt, als ich bin, ey Wackelkontakt Ach, mein Rücken Alles weh, Alex, bis bei dir? Ja, auch noch Alter, was hat das denn? Ja, und bei dir? Na, ich krieg' dafür Geld, dass der mich über den Rücken geschmeißt, ey Kevin Mh Sind deine Gelenke auch noch weh von gestern? Geht Mann, du noch Ja, bei mir mein Rücken, Alter Hat mir gestern überhaupt nicht weh, aber heute extrem weh Ja, mein Rücken auch, ey Kann nie eine Führung mit deinem Lauf doch Zum Rücken bitte dafür in Führung, dir die über die Zeit zu bringen Ja, bin schon Aber auch Wer für dich 4-0-Führer, krieg' noch kein Kacke, kann sich nur Tore, ey So, 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 dass es noch mal richtig knapp wird Oh, lieber in Dorski, mach' so so Ding noch rein Nein, Lauftort Ja, genau Ja, genau, wieder ein Schuss aus 100 Kilometern Ich hab' Ball-Cut Mann Hm? Passiert? Ja Der schießt aus, ich schätze mal 25 Meter 30 Meter 30 Meter einfach drauf In die Ecke Drin Klar Es leckt auch schon wieder ein bisschen Zwar nicht viel, aber es Das will dieses Mini-Laggen, was tierisch auf die Nerven geht Ja, ist klar Ist gut, Kevin Nein, das meint ich nicht, ich wollte überholt, ich hab' den Kacke Ja, ich weiß, aber ich mein' das Alter, das gibt's nicht, ey Einfach zu bene und Kopfwende zu verwerfen, meine Spieler Ja, genau Ach, übrigens, wisst ihr, wen ich penetriert hab? Ah Die hatten alle in ihrem Clan-Tech BVB stehen Dann hast du die kaputt gemacht Ich hab' die kaputt gefickt mit einer Schottie Ja, Mann, nice Da haben die alle rumgefläht Ich hätte noch schreiben sollen, dass ich Bayern-Fan bin, ja Ja, hast du vergessen Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ich hab' die extrem penetriert Die hätten sich noch mal aufgeregt Hallo, Shotgunnen Ja, und? Nur weil du's nicht kannst Mann, schon wieder so'n Tor Boah Und ist lang Ich hab' die Kinder Ja, komm' die zu sechs Rollen rum, weil sie verlieren gegen mich Da war' Noobsenken, wir haben aber keinen Geschmack entfiefern Das ist einfach wehrlich Boah, ich kann's nicht wieder so'n bisschen billiges Verwenden Boah, hab' ich Glück gehabt, ey Nice Na, Mann, Schürrle Gib dir Ja, genau, der rennt einfach nicht weiter Ich hab' die große Hose Jetzt gib doch mal Gas Ja, komm Ja, komm Das ist ja, das gibt's überhaupt nicht Adler, I love you, ey Ich hab' mein Arsch geregt Mit einer geilen Parade, ey Ja, Mann, ich nimm dir immer dir deine Ball ab, ey Oh, Mann, ey Das ist schwer auf mein Schwarz zu Alter, was geht's denn nicht? Komm' es Das ist nur noch ein Kopfvollzug Quo, äh, fällt nicht gleich Ja, genau, Ballannahme Plus 100, ey Ironie gemacht Oh, ich drück' auf den Knopf, er macht's nicht Ja, ganz kassierig, ja Mann, Eko Neymar Alter, nice gehalten, ey Los, Lauf, Piss-Check, ey Nice Genau, Schiri, verpiss dich Ja, Absatz, ja, gut, war auch Absatz Lauf, lauf, lauf Ja, er fault mich Wow, Alter, was für'n Tor What the fuck Alter Ich mach' einfach so'n angetreten Schuss Und der flattert eben ganz komisch ins Tor rein Er war noch abgefälscht, aber trotzdem, ne Ja, gut, Torwart hat noch abgefälscht, ja Jetzt ist's doch nicht mehr so schön Was schaffst du, Kevin? Schönste Albs vor sich hin, ey Alter, ich find's so geil Was denn? Alle, die nicht aus Deutschland kommen, ne Ja Flamen halt rum Ja, äh Geschwindigkeitslimit, äh, wir können ja gar Weißt, die kaufen sich so richtig schnelle Autos Und können dann nur so Geschwindigkeitsbedingungen 120 fahren Ja, und Deutschland will das so Diese eine Minister jetzt auch, ey Ja, das will ich Dieser eine von der SPD da, die sind Ich sag's mal nicht Der kann mir mal die Hoden lecken Der will jetzt auch, hör Alle anderen Länder machen das auch schon Also sollten wir das auch machen Bla, 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 bla Genau Die schießen sich ja nur sehr Warum sollten wir dann M5M6 bauen? Oder ein C63 AMG Ja, klar Das ist nur für die ganz Reichen Die sich auch noch eine eigene Strecke leisten können Ach, Quatsch Ja, aber auf einem eigenen Kutsch Du kannst ja so schnell fahren, wie du willst Ja, äh Bau dir mal eine Rennstrecke Ja, mach doch Wenn du genug Kohl hast Du kannst ja schon ein geiles Auto für 30.000 kaufen und dann? Ja, stimmt Dann darfst du es nicht ausfahren, toll Ja, das aber in Amerika und überall anders auch so Das hat behindert Ja, aber das machen die nicht in Deutschland, oder? Ich hoffe nicht Keine Ahnung Ja, wenn SPD Wahlen gewinnt, dann vielleicht schon Nö, Alter, wenn keine SPD wählen, Alter Ganz klar Wie ihr wählt SPD? Ich will gar nicht Sehr schön Halt mich raus Nein, ich will extra irgendjemandem anders Ja Oder ich dreiche einfach durch Besser als wenn du nämlich gar nicht wählst, schenkst du denen nämlich unbewusst Kohle, aber egal Wir kriegen nämlich alle Parteien Kohle Ne, gerne Alter Alter Ah Ich hab grad voll verpeilt, dass ich grad nicht gerade den Torte zugepasst hat, ne Nein Mann ey Ja Ja Ja, Mann, ich wund' feuchst du was Und das in der Ja Ah ja Mach, 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 Mund zu, Sitten in der Necke, Sam Ja, wir wissen jetzt dein Lieblingswort Egal Könnte ich wählen gehen, kein Wählen einfach nur durchstreichen Ja, dann ist ungültig und dann kriegt auch keiner Kohle Das ist ja der Trick dabei Ansonsten kriegen die irgendwie noch Kohle Das ist irgendwie so gemacht, dass die, wenn du nicht wählen gehst, die kriegen ja je nachdem was du willst, kriegen die einzelnen Parteien irgendwie Sorry Äh, kriegen die einzelnen Parteien irgendwie Geld Und wenn du halt gar nichts willst, dann kriegen die auch Geld Und nur wenn du halt durchstreichen und ungültig machst, dann kriegen die, krieg keine Partei Geld Irgendwie so in der Art Ja, dann geh ich schon und strech einfach durch Ich muss dann mal gucken, wenn ich wähle Irgendjemand auf jeden Fall Ach, geb ich mich als jemand anders aus und wähl ich nochmal und strech nochmal durch Genau, kann man auch voll machen Die kontrollieren ja auch nicht Personalausweise oder so Egal, ich nehm Kevin als Personalausweis Du siehst auch genauso aus wie Kevin Ja Kevin ist dein Bruder Zwillingsbruder Alter, ich küsse mir am 90. noch das Tor 3-2 Jetzt nur hinten rumspielen Okay Sind die Leute behindert? Ja Scheid doch nicht so rum, mal Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen Das Spielergebnis entscheidet über, ja, irgendwas Hab ich jetzt gewonnen oder? Äh, 2-2 Ja toll, wurde einfach gar nicht gezählt Geil Und jetzt bin ich abgestiegen Wollt ihr mich verarschen? Was? Ja, da steht Ist jetzt nur ein Spiel übrig Ich hab elf Punkte Und dann kommt der Hörer Bist abgestiegen Haha, das ist nicht heiß Doch geil Ich bin auch abgestiegen, man Wollen die mich verarschen? Ich hab ein Spiel Es steht 2-2 Nach 45 Minuten Der Gegner geht raus Die sagen das Spiel, wo ich entscheide darüber Es steht weiterhin auf dieser Übersicht Steht elf Punkte Und noch ein Spiel übrig Und da steht du steigst ab Und die Saison ist vorbei Pifa EA kriegt mal eure Scheiße geregelt, man Geil Jetzt muss ich auf Liga 2 anfangen Nur weil ihr's nicht geschissen Kriegt man auch nicht Das Spiel zu machen Sind sie echt abgestiegen jetzt? Ja Vor allem in dieser Anzeige Stand ja noch Elf Punkte Und ich hab noch ein Spiel Weil diese Also hab ich gedacht Hör, das Spiel hat halt einfach Gar keine Wertung, weißt du Ähm Und nein dann Äh Sie sind abgestiegen War weg Liga 2 Alex Haben wir die Aufnahme aber jetzt wieder beenden? Ähm Erstmal? Jo Machen wir beenden, wir machen Ok Alter macht's sich gut Hoffentlich hat euch gefallen oder auch nicht Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao